Wir kommen uns erstmal in die Länge und legt das einfach erstmal weg. Ich hab's in der Hand am Alonese an. Was ist das? Du musst wieder irgendwo hinrennen. Ist das nicht so warm, Nino? Na, ist richtig. Immer in Kein Time. NINYO! NINYO! Yeah! Ungünstig. Ich pausier mal eben kurz. Das ist nämlich richtig. Wie pausierst du? Danke, Juni. So, ich spiel jetzt einfach mal ne Runde. Cool. Okay, ich weiß nicht wie's geht. Okay, uah. Ich bin wieder da. Ne, bist du nicht? Ja, bin ich wohl. Wie spielst du das eigentlich? Ich benutze schon alle möglichen Tassenkombinationen. Ja, schlecht. Ist noch an, ja. Ja. Wo ist jetzt? Achso. Ja. Du hast den Timer ablaufen lassen. Toll hingekriegt jeden. Wo war das jetzt? Direkt vor uns, oder? Ich weiß es nicht. Sieben. Sechs. Hä? Was ist das? Oh, das ist nah ran gesungen. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich hab nur irgendwelche Tassen gedrückt. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich hab nur irgendwelche Tassen gedrückt. Okay. Das ist ein Gegner. Das ist ein Mumie. Oh. Das Memory ist das. Und der geht nicht weg? Nee. Voll nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Oh Mann, der Vogel, ja? Nein. Das ist ein Fehler. Da war der Vogel. Nee, ist auch. Da war hier der Vogel. Scheiße. Spiel mal vernünftig. Ah, das Ei. Das weiß ich immer. Konzept ist eine schlechte Memory, ey. Sorry, ich war ein bisschen brain-off. Mach irgendwas. Was? Feder ist hier. Da. Feder. Note. Note müsste irgendwo unten sein. Das stimmt. Oh Gott, das können wir so vergessen. Weil du... Ah! Ja, ich achte gar nicht mehr auf dich. Ich bin... Voll der Mie. Und der muss doch jetzt auch irgendwo hier sein, oder? Egal, mach mal einfach mal. Nix mehr. Ey, wie du bringst mich jetzt auf? Heute wird so... Soll das denn? Das ist jetzt nicht, boah. Haben wir Leben verloren, die, ne? Nee, die haben noch hier, aber... Hä? Hä? Das ist jetzt unverständlich irgendwie. Eben. Oh, bitte versuch jetzt so ein Honig-Ding zu finden. Mach ich. Alter! Wer ruft denn an? Das ist wichtig. Du weißt. Ach so. Ach, der ist da schon? Okay. Da kann ich nicht rein. Ja. Du leuchte Sachen, boah. Wie macht der das? Zu spiel. Hä? Alter, das gibt es ja auch noch. Aha! Ob ich das schaffe? Ich versuch's lieber nicht. Jetzt halt nur die Frage, wie läuft der? Wie lange braucht der? Oh ja. Ich hab ein bisschen mit mir selbst können, also mit den Leuten. Ich weiß nicht, wie du springst, aber ich hab keine Ahnung, wie du auf den Vogel läufst. Mit C. Wusste ich. Mit den C-Knöpfen hier. Wie bei einem N64-Controller. Hm. Ich hab noch nie einen N64-Controller gehabt. Ich war eher in der Playstation-Generation. Wir sind beide von der selben Generation. Ja, aber du hattest natürlich ein Playstation. Fein. He's the enemy of mine. And so, he's my friend. Geht's. Das ist einfach. Hier, nur uns in der erstmal egal. Jetzt würde ich sagen. Okay. Das muss ich mit Tunenschuh machen, glaube ich. Ja. Das muss ich mit Tunenschuh machen. Das ist hier zu weit. Wieso? Wo ist denn da scheiße? Ja, weil du hier Tun... Tunenschuh verbraust. Meist du mit Tunenschuh? Hast du eine Stelle oder was? Ja, einfach schon, ja. Da helfen keine wiesen Tricks. Ohne Turnschuh wird das nix. Nächste? Die krieg ich an und für sich hier irgendwo in der Wüste. Logisch. Ich geh noch mal zum Anfang zurück. Vielleicht mach ich den Teppich da. Ja. Ein Kamel. Ja, ein Kamel. Schneller. Ach ja. So, sind wir wieder am Anfang. Kannst du mal versuchen diese Bienen-Dinger zu holen? Nee, wir können hier mal gehen und ablappen. Ja, wo sind Gegner? Du stehst doch schon beim ersten Wimpernschlag. Quatsch. Och, Mann. Haha. Wow! Oh, die Stimme ist geil. Ah, äh, 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 äh. Die Stimme hat alle so viel. Sie hat geblieben, ey. Aber wo ist die jetzt? Ich kann nichts sehen, Mann. Alter, wir sollten mal strategisch vorgehen. Ohne Scheiße. Ja, okay. Okay. Nicht, ob er jetzt wahnsinnig wohin geht, Sondern wir gehen jetzt zuerst mal zu dieser einen Pyramide mit dem Memory. Ja, stimmt, 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 stimmt. Okay. Ach ja, ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja.